Wir sind eigentlich nur da, was ein technisches Problem ist. Jetzt stehen wir jetzt einfach da und es geht zusammen noch. Das ist kein Problem. Ja, für mich eigentlich nicht so. Ich bin, du bist wunderschön. Ich hab's nicht so weit gedacht, dass du jetzt länger als fünf Sekunden brauchst. Es ist einfach so, nämlich, es war dann super nett, wenn es zwei Minuten dauert und wenn es nicht, naja, wenn es dauert, dann denkt es euch das Geil für noch einmal. Ich hab's nicht so. Den Gedäffen, können wir leider nichts machen. Ich will dir auch ein bisschen was zu tun. Ausgleichung! Ich will nicht los sein. Ich darf es. Schade. Das war's für heute. 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 Dankeschön. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.